Da ist doch was im Busch in Riedlingen. Die gelb-roten Kartons verraten es. Die Schwäbische Zeitung und Info der Südfinder sind umgezogen. Aber nur einen Steinwurf weit weg. Der Umzug ein Kinderspiel. Die Büros sind geräumt, die Akten sortiert und die Kartons gepackt. Und dann haben wir alles wieder ausgepackt. In der Haldenstraße 6 und 8 im neuen Wohnungsgeschäftshaus der Kreissparkasse Biberach in Riedlingen. Anzeigenabteilung, Geschäftsstelle und Redaktion sind nun in den modernen Räumlichkeiten im Herzen der Stadt zu Hause. Hier nehmen wir Ihre Anzeigen entgegen. Hier kümmern wir uns darum, dass Sie Ihre Zeitung erhalten. Und hier planen wir die Seiten des Südfinder und der Schwäbischen Zeitung. Hier befindet sich unsere Nachrichtenzentrale. Alles, was von Zwiefalten bis Ertingen und von Emerfeld bis Bad Buchau passiert, wird hier gesammelt und verbreitet. Hier recherchieren wir, schreiben Geschichten und schicken Sie so schnell wie möglich ins Internet. Ob es ums Krankenhaus, um Stadtentwicklung oder um Menschenschicksale geht. Wir erzählen und erklären, was Sie betrifft und was für Sie Bedeutung hat. Darüber freut sich auch der Bürgermeister. Ein Haus kann auch so schön sein, lebendig wird es durch seine Bewohner. Ich gratuliere der Schwäbischen Zeitung zu den neuen Räumlichkeiten und freue mich auf weiter gute Berichterstattung aus dem Mittelzentrum Riedlingen. Alles Gute, Gesundheit, Glück, Gottes Segen für alle. Kurze Wege, das wird auch in Zukunft unser Vorteil bleiben. Mal eben zum Marktplatz, mal eben zum Rathaus. Mittendrin eben, statt nur dabei. Das gefällt auch dem Landrat. Herzliche Gratulation und Glück auf der Schwäbischen Zeitung in den schönen neuen Räumlichkeiten in Riedlingen. Ich hatte ja auch ein Vorleben und war damals als Bürgermeister auch sehr daran interessiert, die Schwäbische Zeitung zu holen. Mit ihr ging es bergauf, was die Aktualität der Berichterstattung anbelangt. Und zu einem guten Reporter gehörten sich auch gute Räumlichkeiten. Das gilt für die ganze Mannschaft. Und insofern ist es mehr als verdient, dass die Schwäbische jetzt in Riedlingen auch eine würdige Heimstadt hat, dass sie richtig auch engagiert, noch herzhafter als vorher arbeiten kann. Wir sind sehr froh, dass wir in der Altenstraße dieses Projekt in Angriff nehmen konnten. Dass wir dabei auch die Schwäbische Zeitung als Ankermieter gewinnen konnten, war ein richtiger Glücksfall. Uns ging es nicht um die Rendite. Uns ging es darum, Riedlingen als Wirtschaftsstandort zu stärken, dabei aber auch attraktive Wohnmöglichkeiten in der Innenstadt zu schaffen. Ein herzlicher Glückwunsch der Schwäbischen Zeitung zu den neuen Räumlichkeiten. Und ich denke, das Arbeiten wird noch mehr Freude machen. Wir sitzen alle in einem Boot. Redakteure, Anzeigenverkäufer und auch Sie, liebe Leser. Denn für niemand anderen als für unsere Leser von der Alb bis zur Donau und vom Federsee bis zum Bussen machen wir die Zeitung. Ich lese täglich die Schwäbische Zeitung, weil ich damit am Puls der Zeit bin. Wir lesen die Schwäbische Zeitung, weil sie auch über das Landleben berichtet. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil sie mir genauso wichtig ist wie frische Brezeln am Morgen. Die Schwäbische Zeitung ist für mich wie das Salz in der Suppe. Vom Taugendorfer Storchennest gratuliere ich der Schwäbischen Zeitung zum Umzug und hoffe, dass noch viele Berichte über die Storche aus der Region erscheinen werden. Auch am wichtigsten Tag in unserem Leben hat der Blick in die Schwäbische Zeitung nicht gefehlt. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil sie meinen Tag rettet. Ihre Zufriedenheit, liebe Leser, ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen. Denn für Ihr Lesevergnügen tragen wir die Verantwortung. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil Ihre Nachrichten und Fremde aktuell sind. Schaut mal, was wir, liebe Leute, was wir alles haben. Hausschuhe für den Sommer und Fläschchen für das Baby. Was haben wir noch? Aschenbecher für den Nichtrauch. Und dass wir immer in der Zeit sind, ein wunderbarer Kalender, ewiger Kalender, nicht digitalisiert. Und vom Flohmarkt aus in Riedlingen gratulieren wir der Schwäbischen Zeitung zu Ihrem Umzug. Alles Gute, bis zum Umzug. Wir für Sie in der neuen Geschäftsstelle. Wir freuen uns drauf. Ihre Schwäbische Zeitung in Riedlingen.